Jo Leute, gleich zu Anfang wollte ich eigentlich noch einen kleinen Bug zeigen, also Clash of Clans ist immer noch nicht ganz bugfrei. Ich muss jetzt mal gerade in die, ich wollte gerade sagen in die Totale gehen, aber ich muss das jetzt mal gerade ein bisschen langsamer für euch machen. Aber ihr seht hier jetzt die Karre und ihr seht ja auch diesen komischen Widerbock, der da vorne dran hockt, also das ist ja eigentlich die Ramme. Und nach wie vor scheint das manchmal buggy zu sein, dass die Karre immer noch in der Mauer hängt. Ich meine, die Karre haut jetzt nicht mal zu, sie fährt einfach nur durch und das war's und dann hängt die da und hängt da und hängt da. Wir haben ja zwei, drei Mal geguckt hier auch mit zwei Mann und es ist einfach so, dass es scheinbar immer noch ein bisschen buggy ist. Jetzt gab es ja früher den kleinen Bug, dass die Werkstatt da in der Nähe im Weg stand oder auch mal irgendein Hindernis oder so. Ist aber nicht so. Es wäre natürlich ärgerlich, wenn jemand das in der Liga passiert und auch am Ende, er macht sich jetzt gleich irgendwann mal auf, der Felix hier. Das war jetzt ja nur glücklicherweise ein Legendenangriff. Auch jetzt, die Mauer ist auch nicht beschädigt. Man könnte ja meinen, der Guter ist jetzt durchgefahren, dass das Teil hier wenigstens weg wäre. Aber die ist jetzt auch nicht mal beschädigt, also ist immer noch ein bisschen buggy. Und wollte ich euch nicht vorenthalten, ich habe es jetzt mal aufgenommen, bevor es aus dem Chat rausläuft und ich finde dann denjenigen nicht mehr wieder. Also so ganz bugfrei ist Clash of Clans nach wie vor nicht, weiß ich nicht. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas meldet an Supercell, so einen kleinen Videoausschnitt machen. Und dann sagen, hier, guck mal Supercell, da ist immer noch ein Bug drin. Die Karre hier, die macht nichts, die fährt durch eine Mauer. Oder ob ihr sagt, ach komm, lass mal. Soll mir egal sein. Könnt ihr mir mal reinpinnen, wie ihr das machen würdet. Blöd finden, glaube ich, wird das jeder. Das wird jeder blöd finden hier. Naja, ein Stern hat er gemacht. Immerhin. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und, ja, ich bin mal wieder live dabei. Klar, es läuft noch Liga. Und wir gucken uns hier mal eine, ich hoffe, eine Defensive vom Renovatio, vom Clan Deutschland Add an. Denn in dem Clan bin ich ja auch mit drei Accounts drin. Und, ja, wir müssen allerdings auch manchmal viel hit upen und hoffen natürlich dann immer auf die Defensive unserer Gebäude, beziehungsweise unserer Basis. Aber mal sehen, ob er, also der Angreifer, hier erstmal bis zum Rathaus kommt. Denn der ist sich zu fein, den Feger mal zu friesen. Aber ich sehe gerade, er hat gar keinen Fries dabei. Okay, dann hast du natürlich ein Problem. Und Christian Feger da unter Umständen, er ist sehr, sehr spät weg. Ihr seht, dass ein Drache nach dem nächsten verlässt hier das Feld. Und ich denke mal, zwei Sterne wird der Gegner aber holen. Das Rathaus hat er schon da unten. Die lohnt es allerdings auch jenseits von Gut und Böse. Also die werden da jetzt nicht mehr so viele Prozente scheffeln. Gucken wir mal. Ja, könnte noch eng werden, aber er hat jetzt echt keinen Fries dabei gehabt. Und ihr seht das hier außen. Unsere kleinste, niedlichste Defensive. Unser 360 Grad Feger fegt immer wieder die Drachen raus oder hat sie raus gefischt. Jetzt nicht mehr, jetzt sind sie aus dem Radius raus. Aber der Single Inferno hier gibt den Drachen auch den Rest. Jawohl, da steht der Vorletzte. Und einer ist allerdings noch am... Ah, der ist noch dran. Okay, der hat jetzt gerade so den Inferno noch bekommen. Allerdings noch eine tänzelnde Queen dort. Und wir haben noch eine gegnerische Queen. Aber ich denke mal, mehr als zwei Sterne werden das auch nicht gegen die Box Base hier. Die jetzt noch nicht so stark ist. Ich denke, der René Vazio ist jetzt erst auf Rathaus 11 gegangen. Und hat sich mal notfalls eine Box Base gebraucht. So will ich das mal sagen. Also drei Sterne werden das hier nicht. Da macht der Adler hier jetzt noch einiges. Auch wenn er nur auf Level 1 ist. Aber er ist erst mal unerreichbar für die Queen. Und die bekommt hier jetzt den restlichen Beschuss. Also wird das nichts hier mit drei Sterne. Und das war jetzt allerdings kein Hit-Up, sondern das war ja jetzt ein lupenreiner 11 auf 11. Aber wir müssen schon wieder ein bisschen Hit-Up-en hier. Ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Oder ob ihr das macht. Oh, hier oben haben wir noch einen. Oh, ich habe heute Glück. Vielleicht habe ich auch Glück mit der Uhrzeit. Und auf den Jack hier, auf unser Rathaus 13 oben, wird das auch ein Zwei-Sterner gegen die... Boah, ehemals Itzo Base ist das hier, glaube ich. So ein Design von Itzo. Und ist sicherlich von der richtigen Seite reingegangen. Hat allerdings hier auch die Helden nicht bekommen. Also bleiben das auch zwei Sterne. Denen können wir hier nichts entgegensetzen, denn hier oben sind einfach zu viele 3-10er. Und ihr seht das schon, ihr kennt diese Bilder ja selber. Also 10 muss hier auf 12 rauf und, und, und. Und alles nicht ganz so einfach. 10 muss auf 12 rauf. Der Stranski hat das gemacht hier. Okay, gucken wir mal. Wie so ein 12er hier aussehen kann, okay. Boah, das geht natürlich als Rathaus 10, ist der Herr Stranski, glaube ich. Und ja, mit Karakara kann er mitnehmen. Die kann man erst ab Rathaus Level 10 benutzen. Und, ähm, deswegen geht's hier mit Spam auch gegen die, gegen die, ähm, Single Infernus. Adler hier auf 1. Und, okay, kleiner Rusher-Account hier. Da, da könnt ihr mal sehen, was so ein 10er mit so einem Rusher-Account macht. Okay, ey, der Sprung. Oder beide Sprungzaufer sind ja heavy. Äh, okay. Äh, die hätte ich jetzt, ja, unter Umständen, weiß ich gar nicht, ob ich bei Sonabase nicht, nicht eher ein Wutmeer mitnehme. Weil die Mauern sind ja auch so ein Mauch. Und wenn ich irgendwo mit Walküren arbeite, dann kommen die Razzifatzi durch eine Mauer und die Defensive außen. Ist ja auch nicht stark. Ich hätte fast gesagt, den kann man auch dreiern. Allerdings so ein bisschen verteidigt das Rathaus natürlich auch. Und so ein Adler ist auch erstmal lästig. Aber ihr seht hier die Walküren. Das müssen Max-Walküren aus der Karre sein. Ah, da hinten nehmen die doch noch den Sprung, okay. Ist natürlich dann ein bisschen einfacher. Und dann Defensive ist hier hinten in dem Compartment da, wo der King jetzt ist ja, ja, er, er wirklich mau. Das ist ja noch so Rathaus-Level 6, 7, 8. Okay, ein Inferno, Hurra. Aber ich glaube, oh, Donnerwetter, den hat er echt gut, gut gemacht hier. Mit richtig, richtig viel Prozenten sehe ich gerade. Also auch hier, Hit-Up, Hit-Up um zwei Level. Auch nicht, Hit-Up um zwei Level. Also Rathaus 10 auf Rathaus 12. Ah ja, mal sehen. Ich musste hier auch immer Hit-Up'en mit meinen drei Accounts. Ich bin hier mit einem 8er, mit einem ganz frischen Rathaus 9 und mit einem Rathaus 10 hier in dem Clan. Und tue mich hier eigentlich immer schwer. Beim Hit-Up tue ich mich immer schwer. Egal in welcher Rathausstufe ich das machen muss. Die jetzt niedriger als 12 oder 13 ist. Und ja, ich muss hier auch wieder ran mit dem Account hier jetzt. Auf wen bin ich denn eigentlich? Ah, ich bin auf dem Zweisocken. Okay, ich bin auf dem Zweisocken. Und der Zweisocken hat hier, wenn wir mal sein Gegenüber sehen, okay, der hat mich zumindest dreisternig gemacht. Die Nummer 21. Und irgendwie muss ich in diese Base rein. Das Problem ist, ich habe keine Truppen. Also ich habe noch keine Truppen, mit der ich dieses Dorf hier jetzt machen würde. So ein Dorf würde ich unter Umständen mit Babydrachen machen. Also so 17 Babydrachen, ein Golem, einen Erdbebenzauber oder einen Sprungzauber, dass man irgendwie ans Rathaus kommt, um dann die Prozente zu kriegen mit einem Stern außen und der zweite Stern mit dem Rathaus. Denn die Clan-Bruhe kommt mir nicht, die wird mir nicht entgegenkommen. Und da habe ich das Ding vorher schon. Aber ich habe keine. Ich habe leider keine. Ich habe erst die Kaserne, die eine dunkle Kaserne fertig, sodass ich jetzt erstmal nur Hexen habe und habe halt noch keine Babydrachen. Das ist ein bisschen schade. Ich kann mir die Kaserne jetzt auch nicht hochwünschen oder so, dass ich die machen kann. Das ist ein bisschen bitter, muss ich sagen. Aber ich habe ja jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich ja ausgerechnet jetzt solche Gegner kriege. Der war ja bis vor einer Woche noch Rathaus Level 8. Also, ja, und ich bin eigentlich schon recht weit. Ich habe eine 5er Queen, ich habe die X-Bruhe raus. Die restliche Defensive habe ich auch raus aus dem Shop. Mit aus dem Shop meine ich immer, dass hier, oh doch, hier ist noch eine Defense überall. Stimmt, 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 der eine Tesla fehlte mir noch. Okay, ja, dann hat er jetzt auch seinen Platz. Der eine Tesla fehlte mir noch. Und mir fehlt es ja aber auch an Items. Das kommt noch dazu. Mir fehlt es ja auch noch an Items für Hit-Ups, denn Power Potion und ausgerechnet die Hero Potion, genau die beiden gibt es hier nicht im Shop. Kann mir das mal jemand erklären, warum das so ist? Dass ausgerechnet genau die beiden hier fehlen. Aber beim Händler kannst du sie natürlich immer kaufen. Allerdings für teuer Gems. Vielleicht kann sich Supercell da mal überlegen, dass man die auch mit Marken kaufen kann. Ich meine, sie brechen sich ja jetzt keinen Zacken aus der Krone, wenn es hier eine Power Potion von mir aus für 30 Medaillen gibt oder so. Oder aber sie bieten uns mal wieder so ein paar Games an hier. Allerdings ist hier im Moment Essig. Also hier gibt es im Moment nur die Januar Season und die Liga. Ja, ich will auch den Angriff in jedem Fall auf die Base machen. Ob mir das gelingt, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt über anderthalb Stunden gewartet auf die Armee, die ich hier jetzt auf dem Feld habe. Denn ich habe ja jetzt eine Kaserne, vor allen Dingen die auf Hexenstatus ist. Und dann brauchen die Hexen hier mal eben zehn Stück. Die brauchen auch schon mal ganz schön lange. Ja, die brauchen nämlich mal eben sechs Minuten pro Hexe. Und dann kommen noch die Gullis dazu. Und die Zauber, also die Armee hier, die dauert über eine Stunde. Da muss man damit leben und macht und kann sich anderen schönen Dingen des Lebens widmen. Aber Clash of Clans ist natürlich auch cool. Also wir machen den Live-Angriff. Ich werde den, glaube ich, hier machen, beziehungsweise am Tablet machen und auf einem anderen Account zeigen. Ich glaube, so ein bisschen oldschool, wie wir es früher gemacht haben. Also kurzer Cut. Und dann finden wir uns gleich auf der Kriegsbasis wieder mit einem Hit-Up. Okay, ich bin bereits auf dem Feld. Und wir können uns das Ganze live angucken, was ich mir hier jetzt zurecht mache. Ich versuche euch das noch mal so ein bisschen hier ins Bild zu rücken. Wir brauchen das Rathaus und wir brauchen ein paar Prozente. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt bewerkstelligen soll. Aber irgendwie mache ich das. Mein Sprung ist immerhin schon auf Level 2. Das ist nicht schlecht an der Stelle. Und dann würde ich sagen, wir schicken hier Golem, wir schicken da ein Golem. Ich hatte hier zwei Loons mit. Und ganz, ganz viele Hexen. Und noch ein Golem. Und unsere Bowler hier mit ins Feld. Erstmal ein Sprung dort. Und dann müssen die jetzt erstmal ein bisschen weiter klären. Okay, da Riesenbombe. Und, oh ja, 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 ja. Okay, da hätte ich jetzt natürlich schon meinen ersten Gift setzen können. Ja, keine Frage. Ja, da springen die natürlich gar nicht rüber. Natürlich springen die da nicht rüber, weil dahinter kein Gebäude mehr war. Aber ich denke mal, da gehen die jetzt rüber. Und jetzt kommt auch der, der mir immer am meisten Sorgen bereitet, schon mal auf mich zu. Nämlich so ein fieser Elektro-Drache. Okay, den schafft meine Queen auch nicht. Ich habe jetzt keine Tränke genommen. Ich habe gedacht, in der Hoffnung, ich schaffe die 50 Prozent auch mit dem, was ich habe. Okay, oh, die Queen ist denn tot. Alter Falter. Wir haben 45 Prozent. Der Drache geht jetzt erstmal nach außen so ein bisschen. Oben sind meine Truppen aber noch am Leben Single Inferno in der Mitte. Und da haben wir die 50 Prozent. Ja, also der Heat-Up ist in jedem Fall gelungen. Und ich komme sogar ganz schön weit in die Base rein. Gar nicht mal so übel. Ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, was es noch so für Heat-Up-Armeen eurer Meinung nach gibt. Also ich kenne eigentlich so ein bisschen diese Baby-Drachen-Kombination. Jetzt von Rathaus 9 auf stärkere Rathäuser. Oder aber auch diese Kombi hier. Es gibt sicherlich auch noch ein paar andere. Aber ich denke mal, so mit klassischen Kombis wie mit dem Gohawk oder Go-La-Loon oder so, muss ich hier jetzt in solche Bases nicht reingehen. Oder ein Queen-Charge, La-Loon-Part oder was auch immer. Denn das wird dann schon ein bisschen schwierig. Es geht ja darum, hier irgendwo die Sterne zusammen zu sammeln. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht an der Stelle. Also, ach so, ihr habt das da oben gar nicht gesehen. Also gar nicht mal so schlecht gemacht. Würde ich sagen, dann springe ich wieder auf den Account rauf. Und dann können wir da noch weiter schauen, was wir noch weitermachen und was die anderen vor allen Dingen noch machen müssen. Jo, okay. Mal sehen, was die anderen noch so machen müssen. Also, ich muss hier heute auch noch mit dem Schief ran. Also, auch mein Rathaus 10. Wo ist denn der eigentlich gelistet hier? Oh, der ist ganz schön hoch auf 13. Und ich nehme... Also, wir nehmen immer tatsächlich die Gegenüber, denn in solchen Clans, die echt so zusammengewürfelt sind, sind Absprachen doch eher schwer. Und dann heißt es gleich, jetzt hätte man natürlich sagen können, ja, warum lässt du die Base nicht von einem 10er machen und gehst dafür vielleicht auf einen 11er, der sein Rathaus draußen hat oder so. Ja, das stimmt schon. Allerdings habe ich hier auch schon wieder Stimmen gehört nach dem Motto, da hat wieder einer meine Nummer gemacht und so. Ich meine, okay, ihr müsst euch die Nummern dann hier oder die Bases dann markieren, vielleicht noch irgendwas ranschreiben oder sowas. Aber jetzt zu sagen, meine Nummer, meine Nummer, das ist nicht unbedingt immer der Gegenüber. Natürlich passt der ab und zu mal, aber hier passt der natürlich mal wieder gar nicht. Aber auch mit dem Schief, glaube ich, schaffe ich hier zwei Sterne. Das ist auf jeden Fall Ziel dieses Hit-Ups, zumindest dann mit dem Schief-Barfuß. Mit dem hier muss ich jetzt mal ein bisschen heavy ran. Habe ich festgestellt, Kasernen müssen ausgebaut werden und, und, und. So ein bisschen, ja, ein bisschen haben wir hier bekommen. Wir springen nochmal eben zurück. Ihr seht, unten haben wir schon mal drei grüne Haken. Also wir werden die Liga hier in jedem Fall halten im Clan Deutschland Ad. Ob das hier dann nochmal in der, in dieser Form so eine Liga geben wird, das weiß ich nicht. Denn die, die unten jetzt sind, gerade die Rathaus 8 da, sind, sind hier doch ein bisschen überfordert. Auch mit dem Frey muss ich so eine starke Base machen, hier mit meinem Rathaus 8. Aber was sage ich euch, ihr kennt sowas. Ich werde hier auch irgendwie zwei Sterne, schätze ich mal hinbekommen. Wenn es dann einer ist, ist es halt, ist halt nur einer. Aber ich kann, ich kann nicht, ich kann nicht mehr tiefer gehen. Da seht ihr hier. Okay, ich könnte jetzt nur auf den 30. Aber der Slime muss auch noch was machen hier mit seinen Accounts. Also es ist nicht ganz einfach, hier dann auch immer zu hit-uppen. Also pinnt mir gerne unten rein, was ihr für Armeen für einen Hit abnehmt von Rathaus X auf Rathaus Y. Gute Kombis. Ich meine, die Helden, meine, seht ihr selber, die sind jetzt mal gerade so Anfang Rathaus 9. Aber ich habe 220 Truppen. Ich habe noch nichts geforscht. Also ich muss jetzt erstmal ein bisschen reinhauen. Ich glaube, es würde sich jetzt ein Stündchen Schub lohnen, dass wir hier mal so ein bisschen die Stunden ausnutzen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgungen. Bis dahin, euer Toto. Flasht. 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 Vielen Dank.